Hi ihr lieben Leute, ich hoffe mal es geht euch allen gut und ihr habt keine Langeweile und wenn doch, dann nehmt einfach Kontakt zu mir auf. Mein Name ist Annett Ponschlegel und ich unterrichte Gitarre, Querflöte und Klavier. Mein Ziel ist es, eure Langeweile durch schöne Musikstunden zu vertreiben. Ich freue mich auf euer Kommen und danke für eure Zeit.